Leute, wir sind zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir werden jetzt hier weitermachen und dieser ominösen Figur da folgen. Los geht's. Schauen wir mal, wo es dahin geht. Das Tor ist verschlossen, also müssen wir wohl unten lang. Was bist du denn, Diggi? Ach, der greift mich an. Ich will natürlich die hier haben. Ein roter Rubin, ja nice. Leute, das Gute ist, die Safe-States funktionieren selbst mit Bluetooth-Path-Through. Das heißt, wir müssen uns nicht jedes Mal angucken, wie wir Rubine bekommen, wenn das weiterhin so gut funktioniert. Das wird sich aber zeigen. So, upsie, ich hab was vergessen. Einmal das Band hier ran machen. So, das war's. Nice. Du hast Glibber erhalten. Nicht besonders hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Okay. Das wird später noch wichtig werden. Aber das werde ich alles offscreen machen, Sachen farmen oder sowas. Also, ihr werdet das einmal mitbekommen, wenn wir Sachen holen, beim ersten Mal einsammeln. Aber ich werde die dann offline farmen, wenn wir sie brauchen, damit ihr das nicht ertragen müsst. Da bin ich immer wieder. Das ist es, es ist nicht wahr. Da müssen wir sie brauchen. Das wird dann, wenn wir sie brauchen. Was machen wir lernen. So ist nicht wahr. Ich hoffe, es hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Gehen wir rein. Statue der Göttin. 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 Statue der Göttin.